Einen wunderschönen und willkommen zurück zu Stronghold Crusader gemoddet mit Stronghold 1 Texturen und dem Unofficial Crusader Patch, ergo aggressiven KIs, stärkeren KIs, höheren Truppenlimits und viele mehr. Und ich muss zur letzten Folge noch kurz was sagen, bei Mission 13 klang ich irgendwie ein bisschen verschnupft, hab im Nachhinein mal geschaut woran das jetzt lag, scheint wohl irgendwas gewesen zu sein bei der Audio-Konfiguration und das sollte jetzt wieder normal klingen, zumindest klang es vorhin so in der Testaufnahme und ja, jetzt gehen wir weiter in das Land der Araber und wir gucken mal rein, gegen wen es hier geht. Oh, wir mit einem Schwein gegen Saladin, Kalif und Sultan, das klingt nach einer lustigen Partie. Kalif ist bei uns an der Ecke, in der Ecke oben links von der Karte haben wir Saladin und Sultan ist neben ihm. Das klingt so, ob wir sagen könnten, Schwein rennt auf Sultan, wir rennen auf Kalif und den letzten Kill holt, schauen wir mal. Aber in jedem Falle 2000 Gold für alle Beteiligten, klingt nach einer kleinen spaßigen Runde mit ein bisschen Aufbauzeit und wir legen mal los. Pause. So, Tempo runter ist mal wieder, stellen, wie immer ihr kennt's ja. Und das ist die Karte, wie sie in Stronghold 1 Design aussehen würde. Kurz mal angucken, das Ganze hier ein bisschen genießen. Findest du eigentlich ganz hübsch gemacht, muss man dazu sagen. Ich meine, das hier halt in dem normalen Wüstendesign ist auch immer hübsch gewesen. Mit dem bisschen Grünland dazwischen und drumherum. Aber so in diesem alten Stile hat was. Gut, auch wenn es die Kamele nicht unbedingt ästhetisch dafür aussehen, dann muss ich doch gucken, was wir dafür ersetzen können. Aber ansonsten, das hat doch was. Kleine Wasserflächen hier überall, genug Grünland, überall Ressourcen haben wir alle hier unten. Das ist doch schnuckelig. Jetzt ist nur die große Frage, wollen wir in der Runde mal wieder das Schwein spielen? Also ich meine, da oben die drei mit dem UCP werden natürlich ordentlich pushen, das ist keine Frage. Aber wenn wir Schwein-Style mal adaptieren und wir sagen, wir spielen mit Armbrustschützen und auch als obendrauf-Bonus mit den Streitkolbenkämpfern. Ich kann mir das schon ziemlich lustig vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, wir bleiben bei der Brotindustrie. Probieren wir das mal aus. Wir machen mal Tempo 40, wie am Anfang immer. Und dann 321 Burgbau. Let's go. 1, 2, hierhin, so. Mal kurz maximal ausweiten hier. Ihr geht mal hoch. Eure Beliebtheit sinkt. Jetzt warte doch mal erstmal, ich fange doch gerade erstmal an. So, den hierhin, den hier dahinter, da oben hin kommt der Kollege. Daneben haben wir ihn hier. Das haben wir schon mal dort. Dann Holz holen, würde ich sagen, machen wir auf der Seite beim Schwein ein bisschen. Aber mehr hier vorne, hier ist deutlich mehr zu holen. So, da muss er erstmal reichen. Marktplatz ist ja beinahe gratis über den UCP hier oben. Das können wir hier schon mal so machen. Ach ja, Waffenkammer wäre natürlich auch wichtig, hier unten zu placen. Direkt mit Armbrust daneben. Dazu hier oben die Kollegen. 1, 2, 3. Doch, jetzt kann ich platzieren. Dann holen wir uns... Oh, direkt hier unten hin Weizen. Ist das eine gute Idee? Ich meine, warum eigentlich nicht? Wir haben den Platz. Wir könnten zwei Farmen... Machen wir es mal. Im Notfall integrieren wir die in die Burg mit rein. Wir benötigen Holz. Dann haben wir zwei Weizenfarmen. Wir brauchen am Anfang ein paar Start-Verteidigungstruppen, weil Sultan, haben wir gesehen, schon in der Vergangenheit, der pusht sehr, sehr schnell. Und das ist nicht gerade schlecht. Deswegen, da können wir ruhig ein bisschen hochdrehen. Wir sollten in jedem Fall auch Brunnen bauen. Also da werden wir keinen Weg drumherum finden, weil Kalif in Deck kommt, dann brennt hier sowieso alles einfach dahin. Wir machen direkt die Reihe nach unten. Das war ja hier. Da haben wir 1, 2 leer lassen. Dann kommen die hier. Und dahinter haben wir unsere Kollegen hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Da kommt das Holz rein. Schön. Dann nehmen wir erstmal das hier. Dann nehmen wir mal ein bisschen Weizen. Dann bauen wir eine Mühle. Mal zu überlegen, was am besten. Machen wir hier 1, 2. Dann 1, 2. Dass wir direkt alles mit abdecken können. Dann haben wir hier 4 Brunnen. Da hinten haben wir 3. Können wir schon mal hier rundherum abdecken. Das ist okay. Jetzt haben wir kein Gold mehr. Das ist natürlich bad für uns. Aber wir gehen auf Tempo 90 hoch. Bier ist da, plus 4. Dann drücken wir mal hier rein. Brot. Ein bisschen hoch, diese Steuer. Da kriegen wir mal ein bisschen was rein. Wenn auch nicht allzu viel. Okay, wir können minus 8 gehen. Nice. Weizen müssen wir unbedingt ausbauen. Ach ja, und natürlich Kuhfarm. Wir wollen natürlich wieder mit den Böcken spielen. Das ist ja fast schon unsere Natur, könnte man sagen. Deswegen Weizen war hier. Ja, 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 warte mal ab. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Das sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das ist früher als erwartet. Und da hat auch einen größeren Mengen als erwartet, glaube ich. Steuern gegenhalten. Gold fließt in die Schatzkammer. Geht in die Niere runter. Uns entgeht niemand. Ja, euch in geht gerade einiges, du. Euch in geht gerade sehr viel. Wegpiksen. Ach ja, Armbrust brauchen wir. Nicht Bögen. Wobei Bögen sind auch gut. Bögen sind auch okay. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Ob die Wirtschaft hier lange hält, bin mir unsicher noch. Wir müssen ausbauen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich mache die beiden hier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir verzichten auf ein Brotgebäude dort. Das müsste reichen erst mal. Und wir können uns auch der Apotheker theoretisch nutzen, um uns zu heilen. Aber ob das hier so schlau ist, ist eine andere Sache. Heute kommen wir ran wie nix. Das ist nice. Wir haben Gold. Ein paar neue Schützen. 1 und 4. Dazu die 3, die 5, die 6, die 7. So. Plus 6 nur noch. Eure Landschaft. Auch mit euch? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nee, 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 nee. Nee, 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 Kollege. Eine Nachricht vom Schweine. Mein Meister benötigt die folgenden Güter. Wir sollten Steine holen. Ich habe die Steine vergessen. Und auch Eisen. und alles irgendwie einfach nur stress ihr könnt das nicht dort platzieren das ist eine geile alle also die ressourcen alle fühle ich aber so das kommt ran es sollten noch hopfen fahren oder zwei bauen und haben auch gleich bierprobleme schwein am sorry aber kurz ein land beanspruchen oder hier unten das nicht dort platz hier ist näher da oben der laufweg ist quatsch so nahrung kommt dran brot haben wir jetzt probieren wir keins wir wollen dass hier verliebt hat es sinkt ein bisschen könnte aber schlimmer sein das geht noch klar es kommt ja schon wieder nein 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 die fenster verhalten ab und schwein verbündeten holz wir können der meister lässt euch wissen dass eure güter eingetroffen sind er hat armbrüste und lederhahnische die könnten wir anfangen ok notiz an mich ja so gute notiz erbauen erbauen in jeder industrie ein so ein ding mindestens ein oder daneben ist mir ganz egal wohin hauptsache wir kriegen hier alles gehalten alter wie viele tropen pusten der zwiebel ist denn mit dem nix einfach anfangen wenn das ja alles brennt dann eine nachricht vom schwein mein meister glaubt dass wir diesen krieg gewinnen also ich hoffe sehr das ist eine gute response eine nachricht vom schwein was jetzt klar wir uns wieder einkaufen also die verteidigung muss das aushalten jetzt kommt er wieder okay die schützen machen einen guten job wir wollen zum kornfall am marktplatz wir brauchen eisen 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 entern 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 es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verweilen das blockt da unten ein das ist doof viele und stimmend noch an kraft haben wir vergessen wir haben hier ganz vergessen schon den kollegen nein nein komm ich mal ernst los jungs halte das feuer das nicht dort platzieren mein ort das hieß an mich wir brauchen unbedingt mehr von den jungs es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort so eine verhörterung regelt noch es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten ok der lauf wechsel ist gut naja fast wir werden überfallen vielleicht über einen daneben es ist kein platz im vorratslager erwarte halt so das vorratslager ist voll ich habe irgendwie sind die burg zu machen müssen unbedingt aber wir machen mal kurz so man hat zweckmäßig hierzu so eine nachricht vom kalifen mein sieg ist jetzt kommt er wieder der wüste wird blut fließen noch ehe der tag zu neige geht der tag guten tag aber das soll eine message versammeln naja von mir hier kommen gibt dem mann keks und ist er ruhig das vorratslager ist voll haben wir keinen platz für leute mehr nicht so geil warum rente online ist voll ich brauch steuern wie viel geplant das alles andere hat geplant ressourcen atmosphäre als verkaufen kommen los schwein macht einen job wenn es schwein zurückbekommt ein erträglicher auferlust stehen in flammen seien könnte jemand auch da unten haben wir sollten bald mal wir brauchen einen großen turm wir nehmen den hier so wie immer weil macht seinen job baumeister das schöne ist egal wie lange laufen wollen die müssen um die burg drumherum laufen das könnten nachteil sein für die oder wird ein nachteil sein für die ein erträglicher verlust ein erträglicher verlust so in der halben burg war ich ja auch noch da unten ganz knackig sein so ein paar von euch da oben ein paar von euch so haben wir die wirtschaft nach unten rechts geschützt die können hier mal ein bisschen pp machen und ich würde sagen wir machen wir jetzt nach so einer fast 20 minuten runde gegen belagerung machen wir unsere erste konstruiert und zwar in der form von einfach nur zwei triebe nichts anderes 1 und 2 manchmal muss man einfach simpel halten wir wollten noch eine schenke bauen so dann wenn euch ist berechnet das vorratslager von hafer treffer also ihr solltet das tor austreffung nicht einfach ist irgendwelche headshot verteilen wie könnt ihr dieses tor aus nicht treffen also sie geben headshot aber leider auf den falschen zielen wir benötigen steine das vieh ist bereits vorratslager ist voll mein lord ok anderer plan war nicht so krass wie gedacht wir brauchen erstmal eine wasse an eisen baume in unsere waffenindustrie aus also ursprünglich machen wollten könnt ihr mal aufhören da zu saufen ihr könnt das nicht dort platzieren der feind ist zu nahe wurde das nicht dort platzieren und die kinder die feind oder was dieses spiel hat einen guten humor nach all den jahren so es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten so hier hin da unten noch den kollegen hin es sind nicht genügend arbeiter vorhanden und dann können wir noch das gebäude zu verwalten ja das nicht dort platzieren mein lord die farm hier abreißen das vorrat machen der ist voll mein lord so fette wirtschaft check truppen und waffen ohne ende ich würde sagen ja check es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt lanzen wollen wir eigentlich nicht haben die schmieden machen schwer dann jetzt go sein kann weg so kommen wir uns mal darum dass wir ein bisschen aufgeräumt bekommen es ist kein platz in der waffen haben wir doch nur platz hätten hier jungs geht mal los wie nachbars kinder lustigen wie du bist doch nur laufen die waffenkammer ist voll mal los machten apfelgarten weg ich hoffe dort dafür wurde dir ausgebildet sage ich doch immerhin das das vorratslager ist voll und der holz der holzverlager war hinten den tag retten ach ne den dac retten ob das geht ihr könnt das nicht dort platzieren das ist einfach echt zwei hotte wüs das nicht dort platzieren jetzt stress schieben ist euer ernst es werden rekruten benötigt sein los volksvoller macht seinen job nach hackfleisch und wo ich das schwein so dass wir haben also wie viel weizen willst du haben ja wer treibt halt kräfte an ich hoffe sultan wir machen alliant wir machen folgendes wenn er unsere gepanzerten dafür wir machen einen mischmann wir bleiben wir sind einfach wolf wir sind vorüber ihm und er macht einfach sein ding so hat mir eine ganze menge an truppen es ist keine nachricht vom sultan folgt besser den wüsten wind in richtung heimat ok er will angreifen sweet dann machen wir den angriff danach es werden rekruten werden machen es ist in unseren türmen los wir sind bereit bereits so die wollen hinten rumlaufen nicht sogar das vorrat eine nachricht vom sultan der himmel war dem sultan heute nicht gut gesonnen es ist kein platz in der waffenkammer wie können wir kein plus waffen haben weil wir ein ei haben oder was naja äh jungs dann machen wir eben plan b wir lassen hinten mal die verteidigung fallen nehmen alle mit die wir haben müsst erreichen und treffe uns beim schwein drüben schwein mach erstmal hier auf der holz und dann sage ich mal kraft sultan an nachricht vom schwein ein meister zeigt sich einverstanden geiler typ vorwärts männer und los einer für alle da wird sich ein kill vor uns holen save vorwärts männer konstruieren die waffenkammer ist voll konstruieren die waffenkammer ist voll alles geil zu diensten belagerungsgeräte bermannt angriff so gut wie erledigt wenn der kornpächer weg ist läuft das ist geil hier hinten müssen wir ein bisschen verteidigen als die auf dumme ideen kommen sollten waffen waffen benötigt sei er es werden rekruten es werden sachen so das vorratslager ist dann haben wir jetzt eine garantie jungs wir greifen an auch steine hier bitteschön so gut wie er glaubt mir nicht das ist so gut wie eine nacht des sultans höchstens und nachricht vom kalifen ein ungläubiger ein lachlicht vom sultan der glühende himmel näher sich der festung des sultans kakapult bereit wir wollen waffenkamer ist voll mein lord und los was ihm das schwein meine truppen abschießen will muss man vorbeischleichen muss man vorbeischleichen muss man vorbeischleichen jetzt haben wir ihn anzugreifen wäre eigentlich doof gratuliert euch zu eurem triumph katapult wird bewegt man könnte immer woanders doof sein darf es noch etwas rinnt sein geht man weg wir sind bereit einer für alle wir greifen kann liefern eine nachricht vom schwein mein meister zeigt sich einverstanden geil ähm vorwärts männer katapult bereit eine nachricht von saladin wie der kalt gesehen ja so werde ich wir sollten mal hätten kurz aufrüsten es wird es wird es wird das ganz böse schief gehen sollte ok wird es nicht aber ich habe schon immer einen vollen kornböcher gewünscht da ziehen wir uns runter da müssen wir ein bisschen runter gehen auf diese steine reinkommt ach du heilige äh das kann weniger werden ähm die drucken von uns alle schon wechseln gehen wir mal hier unten hin komm hab ne idee jungs äh was oh oh wir könnten bedrohlich nah um die burg laufen das geht halt wirklich noch klar ok zwei stück ist kein thema los belaberungsgeräte an die macht wir müssen so sein wie die deutschen flagge auf our place feuer feuer let's go und dann das hier was macht schwein gerade so gut wie er als wäre es schweinheit wirklich useful zu haben für den angriff aber ich glaube der ist noch am vorbereiten wir müssen ja alles weg was geht äh schwein wie sieht es noch aus bei dir frage für den freund der fehler zurückziehen und ja genau esel ich lasse euch hängen schwein ist schon ready eine nachricht vom schwein der meister lässt euch wissen dass er heute nicht angreifen wird woher liegt sie hat 10.000 gold truppen limit er hängt hinterher aber warum fehlt ihm irgendeine ressource er kauft sich essen das vorratslager ist voll ich glaube sein angriff geht doch nicht als beenden auch da machst du doch einen job von hier dann so gut wie erledigt so gut wie erledigt bei der burg stimme ich zu so gut wie erledigt so gut wie erledigt erst mal zeit schinden jungs renner vorne weil das nur rekrutieren ich frage mich was hat ihn da hinten bei ihm in der burg macht ich glaube das könnte der rest von der angriffsarmee und die ist irgendwie irgendwo eingesperrt das ging quasi ja selbst daran hinterher anzugreifen richtig wäre zwar schade aber ist voll so gut wie erledigt ein paar steile bei allen heiligen ihr kämpft gut zu gut haben wir echt zu wenig steil warte mal wir haben zu viel steil mal zu viel holz drin ist oh mein gott holz runter eisen runter mehl runter bier runter weizen muss runter katapult bereit meil auf euer so gut wie erledigt keine nachricht von schwein mein meister benötigt die folgenden Güter strahlkolben habe ich nicht aber ich kann dir naja hier gold geben viel spaß da will ich aber dass du angreifst der meister lässt euch wissen dass eure güter eingetroffen sind die waffenkammer ist ja wohl da kommt oh mein gott das wird geil wir machen ihm die burg auf der land rein wir wollen keine holen eine nachricht von schwein mein meister zeigt sich einverstanden wenn er jetzt den eintritt schafft er muss halt literally nur rein laufen die burg ist offen wie ein scheunentor wir warten wir warten wir warten wir machen nix wir warten wir warten ab kritische masse dann weiter angriff auf saladin weiter geht es direkt let's go eine nachricht vom kalifen ich werde es diese kolben wobei was wir können auch noch machen wir können noch zu uns runter holen wir machen mal folgendes ich will mal sehen was das schwein so für eine riesenarmee bauen kann in dem fall lassen wir mal kurz mit tempo ich würde sagen tempo 500 mal kurz die armee vergrößern weil in der zeit müsste er ja truppen ausbilden des meisters wurden euch zu hilfe gesandt und die auch eigentlich zu uns rüber schicken wobei es haben wir natürlich gefixt ach wirst du aber folgendes kommt wir sind bereit es werden waffen es werden waffen benötigt sein waffeln werden benötigt mein ort seine truppen bei uns in der burg ich weiß nicht ob er jetzt noch mehr sammelt aber ich glaube nicht oder der schwein klappt bei dem gruppen limit okay das heißt wir müssen ihn angreifen lassen einmal er muss einen angriff machen dann gehen wir runter auf tempo 150 und wir nehmen das schwein mit für einen schönen frontalangriff und auch hier würde ich sagen ich brauche den kill netz die mission ist schwein muss den kill machen für die folge belagerungsgeräte die waffenkammer ist voll waffen geschultert katapult wird bewegt hmmm kriegen wir hier irgendwie alter wieviel rustung wir haben einfach es werden rekruten benötigt sein wollen wir einen angriff von sardin abwarten dass er zuerst zu uns runter rennt und wir dann hoch rennen oder wie machen wir das mal gucken wir noch mal tempo 500 laufen kurz um mal zu schauen was passiert ich meine sardin ist noch am truppen aufstocken eindeutig das heißt ich weiß nicht wie hoch so ein truppe damit sein wird gerade wahrscheinlich eventuell 250 vielleicht auch 300 jeden fall wenn wir jetzt noch abwarten ein bisschen dürfte in bälder von ihm zumindest eine armee hier runter kommen die waffenkammer ist voll mein lord und was wissen sie was um was das schwein angeht er macht keine neuen truppen alles klar dann machen wir eine schlacht auf offenem feld legen wir vor und er kommt nach wie machen wir das wir haben wie viele mal her das ist voll auf die 1 katapult auf die 2 dann hast du am boden auf die 3 1 2 3 1 2 3 wann macht den angriff waffen geschultert und die waffenkammer ist voll mein lord wir gehen runter kommen wir probieren das das wird zwar eine epische schlacht werden aber weißt du was schwein tu mir den gefahren und greif saladin an do it eine nachricht vom schwein mein meister zeigt sich einverstanden let's friggin fett wir stehen zu dienst katapult zur stelle dann machen wir folgendes 1 2 3 2 3 katapult bereit das vorrat feuer der tor muss weg eine nachricht von saladin ihr seid mir in der tag ein dörren im auge katapult bereit mehr steiner wir machen die burg auf das er reinläuft los kommen plop 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 oh yeah oh yeah let's go er rasiert komm 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 los schwein was aber er hat alle eliminiert los er hat seinen job gemacht diese situation scheint wirklich bedenklich eine nachricht von saladin das halte ich für ein gerücht mein lieber also sagen wir lösen wir alles auf und den wir runter auf nur gehen wir machen den colby move ja es werden rekrutten benötigt sein es wird wir kommen wir stehen zu dienst das könnte reichen von saladin ihr seid meinen kräften wahrlich nicht gewachsen geht auf mein freund mal jungs mein jungs rinder los 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 die das gibt es halt echt nicht wie kann dieser tut noch leben dann kommt mal alles weg schwein war es der ankloss schreit oder wird wie wohl truppen so gut wie erledigt so gut wie erledigt der ballarbeiter volle kanne rein wir geben unser bestes und im notfall auch wirst du kommen wir können aufliegen so gut wie erledigt das muss alles weg das vorratslager ist noch welchem tempo 140 ich frage mich ob der spruch für die kühe oder für den kornspeicher ich meine dass wir gerade super erneuern sind ist keine frage weil wir stehen vor der seiner burg so gut wie erledigt so gut so gut wie erledigt so gucke mal wie viel gold hat der eigentlich hat der hat kein gold oh schwein macht einen angriff mit dem katapult wenn auch nicht viel aber egal schaden ist schaden leute das frech geht weg hätte man wieder anders erneuern ich hoffe es hat seinen leuten vollen stein gegen kopf oh mann wirklich wie ein kalten haus wir benötigen steine also ich glaube noch eine weile durch die wir warten auf schwein für das ehrigen kill macht vielleicht jetzt eine nachricht vom schwein der meister lässt wissen dass er heute nicht angreifen wird mal versuch ich rufe mal vor wird langweilig sonst wie ein kalten haus wir geben unser bestes wir benötigen steine ok es war zu viel vorgespult ähm dann die waffenkammer ist voll wir sind bereit machen wir so unsere art es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein wir sind waffen benötigt ich mache das tempo 500 es werden waffen benötigt sein das team jetzt durch es ist kein platz in der waffenkammer es werden waffen benötigt sein es werden waffen benötigt sein das eisen zu viel so war es gleich wir neuen kann der typ sein ja wir brauchen ein paar kleinen moment eine nachricht vom schwein ja mal hier wir sind bereit ihr mausen weg und dann ist da wenn der nicht will da soll die kreis ich mal dagegen wehren die waffenkammer ist voll maglich wie ein kalten haus du nervst und du nervst auch und dann nervt ihr und ihr nervt und alles nervt jungs rein da mit euch jetzt reicht mir aber hier hier benötigen steine nicht besonders nicht enttäuschen hier fehlt eine nachricht von saladin hier seit meinen kräften herr wo hängst du da hinten und wie kann das sein ich meine es war jetzt zwei angriffe die einfach gefressen wurden jetzt reicht die ganze bude ein ich brauche kein blödes bier ich brauche keinen weizen ich brauche fett steiner ihr seid meinen kräften waren nicht gewachsen geht auf mein freund so kollege du hältst die goschen du hältst auch die goschen der andere turm da ist auch nervig eine nachricht von saladin ich glaube katapulte können keine nachricht von saladin werden ok plan b da oben die bude ist leer das muss ja wohl funktionieren das ist schon irgendwie verzweiflungstat fast aber eigentlich haben die bisher immer funktioniert eine nachricht von saladin wenn ich mich sehr unsehe fühle ich mich nicht besonders wohl mein volk nicht enttäuschen das vorratslager ist eine nachricht von ebenso gut das ist wieder eine xl folge von einer stunde fast ich ergebe mich eure gnade wir sind siegreich sire wir haben einfach zweieinhalb tausend truppen gefühlt getötet und vieles verloren das waren 400 zu viel aber okay dann haben wir das erledigt zwei kill zu uns einen fürs schwein wunderbärchen und mit ein bisschen da könnte sagen tryhard mit ein bisschen pushen ging das doch einigermaßen trotzdem gut dann nächste mission ist den den genau die löwenmähne ich kann mir vorstellen dass es gegen richard geht aber lass uns überraschen nächste folge wieder einschalten ein abo da lassen ein like mit euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin bye bye tschüss bis 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 bis